Ich wollte nur vorher noch hinzufügen, am Anfang haben die Leute auch geglaubt, die Welt ist eine Scheibe. Man kann seine Meinung ändern, man muss nur dazu stehen. Menschen sind Leute wie du und ich, wie ihr alle. Wir können Fehler machen, wir müssen uns nur die Fehler eingestehen und daraus lernen, aus den Lessons lernen, aus den Fehlern lernen, daraus neue Schlüsse ziehen und dann einfach das Ganze besser machen, weil wir wollen alle in Frieden leben. Die Hälfte meiner Freunde sind aus dem Irak, egal von woher. Ich das erste Mal bei denen im Waldviertel, also ich komme aus Niederösterreich, bei meinen Tanten waren die mich gefragt, was sind das die, die die Bomben legen oder die uns so in die Luft sprengen, sind die gefährlich? Und ich so, nein, das ist einer meiner besten Freunde, mit dem würde ich mein Blut teilen, mit dem teile ich mein tägliches Brot. Ich liebe ihn wie meinen eigenen Bruder und ich verstehe nicht, warum Leute da draußen Krieg führen. Also das macht mich so traurig. Also ich weine fast jeden Tag schon und ich hoffe, dass jeder von euch aufsteht, sich informiert, rausgeht, jedes Mal noch einen mehr mitnimmt, dass irgendwann hier wirklich der ganze Schlag, die Puppel, Entschuldige, voll ist, Entschuldige, voll ist und wir alle zusammen das ändern können. Applaus Cuz Musik 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 Musik